So Freunde, wir sind weg, Kölle, Karriere, heute geht's ran gegen Frankfurt, in Frankfurt. Ich hab ordentlich viel gewechselt nochmal, weil immer noch sehr viele Spieler im Arsch waren. Und dieses Spiel ist für mich heute ja auch eher unwichtig, denn nächste Woche zählt. Europa Conference League, hier macht jetzt die einen Niederlage auch keinen Unterschied, deswegen hab ich nochmal ein bisschen geswitcht. Abwehr-Innenverteidigung komplett, glaub ich, geswitcht, Anni Hübers ist drin und Mittelfeld hab ich dafür komplett geswitcht. Martel und Skiri nochmal pausieren und vorne gönne ich Ronny wieder in der Auszeit, weil der jetzt immer noch nicht wird. Dafür wieder Zimmermann drin, Hector spielt wieder, der hat sich ja letztes Mal beschwert, obwohl ich ihn nur aus gesundheitlichen Gründen schonen wollte, aber das hat ihm anscheinend nicht gefallen, deswegen ist er wieder drin. Und, äh, ja, Erster sind die. Oh, okay. Dann müssen wir jetzt hier nochmal alles geben. Dann hab ich nix gesagt mit, äh, Niederlage ist nicht so schlimm. Frankfurt Erster. Müssen wir die mal ein bisschen stören hier. Müssen wir die mal ein bisschen stören. Mit Zimmermann zum Beispiel, Ecke. Und es gibt Elfmeter für uns. Anspiel. Hab ich übrigens doch nicht ausgemacht, weil ich mir gedacht hab, wegen sowas hab ich's nicht ausgemacht. Ich wollte's ja eigentlich ausmachen, aber wegen sowas hab ich gedacht, ey, bei... Das ist jetzt ein Anspiel, bei uns passiert immer viel scheißer, aber es kann bei denen auch passieren. Und zack ist es passiert. Hector hat sich beschwert, dann darf Hector auch ran. Komm schon, Junge. Wichtig. 1-0. Keins. Lauf. Lauf. Lauf weiter. Einfach keins am Ball. Weiter laufen. Keins. Da müssen wir auch irgendwie den Schuss pushen. Das war jetzt schon wieder... Den hätte ich auch schon wieder im Schlaf gemacht hier. Oder immerhin aufs Tor gebracht. So können wir auch nicht gewinnen, wenn wir keine Tore schießen, wenn man so ein Ding hier liegen lässt. Puh. Komm schon, der muss irgendwie ankommen auf Zimmermann. Oder hier Thielmann. Wichtig. Thielmann. Es sind die Topmannschaften. Es sind die Topmannschaften. Frankfurt erster hier. Und wir führen. Es sind die Topmannschaften. Die viel zu easy irgendwie für uns sind. Hector. Komm schon. Zwirbel das Ding da rein. Der wär gut gekommen, glaub ich. Stark reingegangen. Hier, wie die auch kämpfen irgendwie, ne? Hier gegen schlechteres Teams denken die sich, ach komm, scheiß drauf. Hier wird so richtig gepusht hier. Die gehen hier richtig rein irgendwie. Ich muss hier gefühlt gar nichts machen. Die gehen auch richtig krank rein. Oh, stark gerettet. Da, ja. Zu dem Pass sag ich da mal wieder gar nichts. Komm schon, Sol, du hast auch nicht viel Tempo. Aber push dich. Man muss Hübers wieder ran. Auch nicht. Komm. Ach ja, wir haben hier ein Debüt. Allison spielt das erste Mal jetzt hier bei uns. Sonst war der, ich glaub der war immer Reserve oder so. Möglicherweise doch vielleicht mal eingewechselt, aber ich glaube nicht. Ich denke, das ist ein erstes Game hier. Was ist hier los? Guck mal, die Laufwege schmilzt. Das ist sonst nicht so. Das ist doch hier irgendwie Top-Team, äh, Momentum oder so. Schade. Ich weiß nicht, warum der da so einen komischen Übersteiger-Gedribbel-Dings gemacht hat. Jetzt wird's aber krachen. Oder auch nicht, Timon. Wichtig, ey. Wie geil haben wir den bitte entwickelt, Mann. Erster Spieltag war der so lost. Und jetzt hält er die Dinger einfach. Juckt ihn gar nicht mehr. Guck dir den Laufweg an. Scheiße. Dass man jetzt ausnahmsweise mal scheiße von ihm macht. Hübers auch krass wieder. Der hatte ja mal kurz Down-Phase irgendwie vor ein paar Games. Auch wieder richtig gut am Start. Schon wieder frech, dass hier abgefiffen wird. Komm schon, hol ihn dir, hol ihn dir. Oh, wichtig. Tick. Schön. So, jetzt kritisch. Hübers. Fuck, oh. Leck mich doch. Wie heftig ist der? Ja. Irgendwie Seitenwechselversuchung. Oh mein Gott. Als ob der jetzt ankommt. Der kommt sonst nie an, so ein Ding. Wir wechseln einmal. Das ist wieder Ausrufezeichen. Aber das steht an. Ne, das steht nicht seit um. Sorry. Dann halt du da. Meine Jubicic-Hintler-Abfahrt. Damian irgendwie ein kleines Loch seit ein paar Games. Irgendwie kommt nicht mehr so viel von ihm. Schön. Zwar könnte abseits keinen doch. Boah. Dang. Wir wollen wieder 10,0-Bewetung. Okay. Okay. Oh mein Gott. Wie die kämpfen. Wie geil. Guck mal, so macht das doch Spaß, wenn die alle mal kämpfen. Duda, dazu sage ich jetzt mal nichts. Wenn wir jetzt kassieren, wirst du verkauft. Mein Adel, Lauf. Du hast Tempo. Lauf. Oh, stark. Oh, stark. Ganz locker gehen wir jetzt den Hasen an hier. Ganz locker. Der wird auch mal hier auf Zeit gespielt. Was ist das für ein Pass schon wieder? Unten war alles frei. Ich passe hin. Auf einmal sind da irgendwie schon wieder 10 Gegner. Rektor stark. Rektor stark. Zugt er nicht im Hause. Tu mir das jetzt nicht an. Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fuck. Komm, auch mal ins defensive Mittelfeld mit dem Richter. Hauptsache frischer Mann. Und jetzt meiner. Starte durch. Ey, das kann nicht sein. Schindler stark. Halbwegs. Halbwegs. Mach kein Scheiß jetzt. Zimmermann. Oh mein Gott. Ja. Das müsste es sein. Wichtig. Wichtig und richtig. Gewonnen und dann auch noch die Null gehalten. Gegen den ersten Platz, Mann. Wie geil. Dann hätten wir hohen nicht. Wäre das Ding nicht so ausgegangen. Und nächstes gegen die Horsens. Und bitte. Nizza. Mach da keine Faxen mit uns. Gewinn einfach gegen Ikarios oder wie die hier heißen. Wir sehen uns beim nächsten Mal gegen die Horsens. Entscheidendes Spiel. Haut rein bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.